Ja! Ja! Und jetzt angreifen! Boah! Hast du den Slide gesehen? Wie geil! Nein! Das ist so pisse! Komm, let's go! Komm, komm, komm! Ja! Oh! 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 Comeback des Jahres! Nein! Ich komm nicht mehr dran! Wir spielen jetzt übrigens jetzt, wie heißt das? Soccer Physics! Was wird gespielt? Ja! Ja! Soccer-Physics. Ein erbitterter Kampf zwischen zwei Teams, A2-Mitglieder. Allerdings sind die Konterrenten lediglich in der Lage zu springen, um den Ball in das Tor des Gegners zu befördern. Kontrolliere die Physik und lass sie nicht dich kontrollieren. Fünf Punkte bis zum Sieg. Oh, das war voll cool. Ja, voll trash. Und das ist so ein random Browser-Plug-In-Game. Nein. Browser-Plug-In-Game. Ja. Punkt damals. Nein, der rollt jetzt. Hättest du dir was unternehmen können. Hütte. 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 Nein. Komm, komm, komm. Nein. Hütte. 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 Du gehst so richtig drüber. Besser geht's denn. Boah, Luft... Nein. die Tore sind so klein. Wow! Mein Torwart! Guck dir mein Torwart da! Ich steh dir weg. Ich muss was tun. Oh ja, jetzt mit dem anderen vielleicht mal. Nein, ich bin nicht... Okay, ganz ruhig. Nein! Ey, mach mich nicht so scheiß von der Seite an. Ja! 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 Und jetzt ankramt! Boah! Hast du nicht leid gesehen? Das war quasi schon ein richtiges Fußball, ne? Ja! Nein! Ich war grad voll verwirrt. Mein Vordermann, der eigentlich immer link in Taste ist, plötzlich hinten stand. Alter! Nein! 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 Pfff! Wow, wow, wow! Das geht... Nein! Damn! Hola! Ah! Ah, der hat uns ausgeschossen. Was? Warum haben wir jetzt ein Rugby? Einfach so... Ah! Große Tore! Ah! God! Dammit! Okay. Boah! Boah! Nein! Ja! Und du springst mit Beinen gleichzeitig hoch! First Win! Win! Im Probe-Match hat er voll auf die Fresse bekommen! Ja! Jetzt gewinnt er! Weil ich einfach geil bin! Passt das hier auf die Kamera? Wenn ich... Ah, okay! We match! You have some mouse! Zwei Matches! Der! 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 Nein! Das war aber nicht so sinnlos! Die Revenge! Action! Nein! Ups! I did it again! Alter! Hör richtig an hier, Robin! Ah! Boah! Wenn der reingegangen wäre! Boah! Wahnsinn! Oh, mein Torwart! Was geht wenn der Torwart ist? Ist... 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 Rutschig, wenn es schneidet, oder? Ja! Slippery! Wow! Was war denn das? Richtig angesogen! Out of my way! Bitch! Na! Und der springt doch so eblig! Nein! Brauchen wir... Nein! Das darf doch nicht wahr sein! Ich bereiche die Inkompetenz von ihm auch schon! Oh! Fuck! Weggeköpft! Boah! Ist jetzt keine Ecke! Was soll denn das? Nein! Das ist so Pisse! 3-3! Das ist jetzt... Richtig heftiger Scheiß! Oh Scheiße! Nee! Komm! Let's go! Let's go! Nein! Komm, komm, komm! Nein! Ja! Oh! Jetzt wird es noch verspannend! Ja! Nein! 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 Der Verlierer muss gehen! Ja! Der Verlierer muss gehen! Du hast es ja noch gar nicht gespielt, willst du eine Einführung haben? Nein! Ich kann selber denken! Damit benutzt du den Linken, damit benutzt du den Rechten! So! Wer hat jetzt gewonnen? Ich! Okay! Auf Rematch muss ich drücken! Rematch! Du bist blau, ich bin hoch! Naja! Das wäre zu schön gewesen! Ja! Komm schon! Wo bin... Wo ist mein Kerl? Nein! Nein! Ich bin auf Land! Nee! Nee! Zurück! Ich muss hier weg! Oh! Das war so dumm! Das war so dumm! Das war so dumm! Das war so dumm! Nee! Oh! Es geht schon wieder was? Es geht direkt weiter! Oh nein! Nein! Glück! Voll ins Gesicht geschossen! Eine Verteidigung! Vorwärts! Vorwärts! Nee! Nein! Nein! Los Thomas! Es ist deine Chance! Oh fuck! Nein! Nicht so schnell! Ah! Nicht so schnell! Nicht so schnell! Was? Zur Helle! Okay! Okay! Ich muss da rüber! Nein! Wow! Okay! Okay! Alles green hier! Ja! Ja! Was? Ja! Die sind immer voll auf die Fresse liegt! Nein! Nein! Don't do this! Und die erspringt voll in den Rachen! Nein! Vergess es immer! Ah! Ich bin ein ähnlicher Lack-Affel! Oh! Ähm! Geh doch hier raus! Nein! Nicht bald ins Tor rein! Geh doch jetzt raus! Ha ha ha! Serious! Wie? Kannst du denn das die Torgröße auch variieren? Ja! Wie soll ich denn diesen riesigen Ball in den Nächsten? Ja! 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 Wie geil das war! Fuck you! So kippen meine immer nach hinten! Das ist so dumm! Ah! Jetzt sind sie! Oh! 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 Nein! Ich kann nicht mehr dran! Ich kann nicht mehr dran! 2 Scheiß! 4 4! Schon? Doch! Das kannst du auch vergessen! Das wird nichts! Oh Gott! Das wird was! Das wird nichts! Das wird nichts! Nichts wird das... Weg! Weg! Raus aus meinem Todespaß! Ah! Ah! Wie geil! Obersteuern! Überhaupt! Wie geil! Obersteuern! Geil! Do it! Do it on the paper! Ich hasse dich! Oh! Mit dem Ball in das Tor! Ich hasse dich einfach! Okay! Make it... Make it again! Make it happen! Make it so! Was ist denn das... Seriously? Was ist denn das für ein Spawn? Ja! Spawn! Was ist denn das für ein Spawn? Ja komm! Ready drücken muss, wenn dein Ball noch nicht... Okay! Okay! Es gleicht wieder aus! Danke für deine Fairness! Nein! Scheiße! Oh mein Gott! Wie knapp! Oh! 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 Das war Teamwork des Todes! Oh! 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 Schon wieder die Scheiße! Well done! Ich캗 noch mal! Wida gerade! Pee!! Huhppp! Pee! Neiieii! Muss das irgendwie anders machen... Nei! Komm schon! Vorwärts. Grabten! Das... Sie darf doch nicht wahr sein. Seriously, ich mach das. Wie geil. Da. Wie geil. Alter, jetzt ein bisschen mehr Challenge hier, okay? No. So knapp. Nur vor ins Gesicht. Ja, nein, das darf doch nicht wahr sein. Ja, das ist es, das ist es, das ist es. Diese Person hat so viel Glück, es ist echt... Ich bin nur einfach perfekt in diesen Random Games. Das hat nichts mit Glück zu tun. Diese Rate des Gewinnens bei mir ist viel zu hoch, als dass das Glück ist. Ich hasse dich dafür. Es ist so zum Kotzen. Ja, dann... I take the camera. Now it is... Oh, your turn. This is the new challenger. Silas. And the other guy. With the other guy, look. The other guy, yeah, yeah. Silas mit seinem one-handed-Stil. One-handed-Stil. It's successful, I think. Oh, es geht schon weiter. Nein, 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 nein! Ich muss gar nichts machen, das ist so. Seriously! Nicht, ihr sollt nicht ins Tor wieder reinfallen, ihr dummen Idioten. Ja, launch! Launch! Nein! Da! Du bist hier rauslaufen. Perfekt! Perfekt dabei! Ich finde, das war unübertroffen. Kippt nach vorne um, komm schon! Oh Gott! Ja! Wieso ist der eine stärker als der andere und kippt den anderen immer um? Und zwar in die falsche Richtung. Weil manchmal saugt sie dann einfach ins Tor rein, dann kannst du nichts mehr machen. Doch, das ist alles Taktik, du musst schauen, dass sie nach vorne kippen, indem du sie dann im Tor irgendwo... Wieso erzähle ich dir das? Das ist meine Taktik. Ich bin schwarz. Ich bin halb schwarz. Spam, Spam! Oh, kippt, komm! Oh, runter... Oh nein. Das war quasi ein Beini. Ein Beini? Was machst du da? Nein! Nein, 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 nein. Wieso wird das in diesem Spiel immer so...? Lous! Yes! Dieses Spiel... Es hasst mich einfach. Was? Schon vorbei? Oh manCE! Das war Hunt, das zählt nicht. So schön. Go, Fights! Boah! Du sollst dich raushatschen. Der war so hoch, ne? Out of the picture, yo! Out of the picture, yo! Spiel sich gerade mal wieder gut selber aus. Wie, wie meine? Wieso kippen die immer die falsche Richtung in dich? Ich will, dass sie kippen. Ich hasse sie! Rambeck! Wieso? Nein! Ja! Oh! Was? Eine Parade! Oh! Oh! Comeback des Jahres! Das ist doch so zum Kotzen. Oh, wir haben wieder keine Köpfe. Plopp! Ganz ehrlich! In den Winkel! Zack! Ich sollte Fußballtrainer werden. Wir haben im echten Leben alle einfach so dumm rumbouncen und auf und ab fallen und... Es kommt einfach natürlich! Es ist ganz normal! Kein Problem! I don't even ask anymore! Oh! Kannst du mal das Dach machen? Danke! Gut, dass deiner da noch steht! Oh! 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 Ich stehe aber auf deinem Kopf, ja! Und der Ball rollt langsam Richtung Tor! Das ist doch so zum Kotzen, ganz ehrlich! Hat mich gefreut, danke! Hallo! So! Das heißt, du bist ja quasi der Verlierer, ne? Und ich bin der quasi Zweiter, ne? Armin ist immer ein Letzter! Und das hat nichts mit Glück zu tun, du bist einfach nur schlecht! So! Du bist einfach nur Scheiße! Ich hasse diesen Menschen! Ich sehe, wie er denkt, dass er jetzt cool wäre! Wie er denkt, dass er irgendwas kann! Oh! 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 Alles entscheidend wird natürlich das nächste Spiel, was wir jetzt noch auswählen! Damit sich alles entscheidet! Es steht noch fast alles offen! Außer, dass er schon wieder Punkt an war! Es steht noch alles offen! Fade out! Okay, welches Spiel spielen wir? Das ist ein... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017